Oh Mann! Echt? Du glaubst nicht, wie sich das anfühlte. Klar, ich war nur der Neue in der Crew, aber hey, lass dich zu, dass Brainiac Batman killt und, weiß nicht, die Welt sprengt? Nie und nimmer. Als es vorbei war, meinte Batman so, Die Welt ist gerettet, dank dir, Heime! Ich mach dich zum Anführer der neuen Justice League! Äh, wenn du das willst. Wow! Das war ein tolles Angebot, nicht wahr? Aber noch besser als Batman zu retten ist, nie Familie zu retten. Ich sehe sie kaum mehr, seit ich den Scarabeus hab. Ich geh also erstmal nach Hause und schließe die Schule ab. Und wenn das normale Leben nicht funktioniert, gibt es immer noch die Justice League.